Wir begrüßen euch zu Neu im Kino. Auch im neuen Jahr stellen wir euch wie gewohnt die neuesten Kinofilme und die besten Spielfilme auf Star-TV vor. Zu gewinnen gibt es diesmal die DVD-Neuerscheinung des Action-Spektakels R.I.P.D. sowie Goodies zur Komödie 2 vom alten Schlag. Sammelt einfach die eingeblendeten Worte während der Sendung und schickt den Lösungssatz an neuimkino at star-tv.ch. Mit der DVD- und Blu-Ray-Neuerscheinung R.I.P.D. steht auch hier witzige Action auf dem Programm. Das Abenteuer beginnt mit einem Ende. Der Korb Nick wird bei einem Einsatz getötet. Erstaunlicherweise steht sein Ableben der weiteren Polizeikarriere allerdings nicht im Weg. Ich bin tot? Du kannst dich glücklich schätzen, denn du besitzt Fähigkeiten, die wir brauchen. Also stellen wir dich vor die Wahl. Entweder du versuchst dein Glück beim jüngsten Gericht oder du schließt dich dem R.I.P.D. an. Zwischen Diesseits und Jenseits existiert mehr als Nick je zu träumen wagte. So auch das Rest in Peace Department Colts R.I.P.D. genannt. Seine Aufgabe? Die Jagd illegaler Untoter und die Sicherung des ewigen Friedens. Dazu wird Neuling Nick ein Partner zur Seite gestellt. Als Revolverheld aus Zeiten des Wilden Westens bringt dieser nicht nur jede Menge Erfahrung mit, sondern auch einen außergewöhnlichen Namen. Und dann... Sieh dir die Knöchel von der Kleinen da an. Darauf stehen sie also auf Knöchel? Wie machen sie heiß? Zu meiner Zeit leideten sich die Damen sehr konservativ. Das macht sie gleich weniger unheimlich. Wann genau war denn in ihrer Zeit? Um 1800, Bürschchen. Damals war ich ein sogenannter Hüter des Friedens. Marshal Roycephus Porzifer. Roycephus? War zu jener Zeit ein überaus sexy Name. So sieht's aus, Roycephus. Roycephus. Nenn mich einfach Roy. Das ungleiche Duo wird von Ryan Reynolds und Jeff Bridges gespielt. Wir haben die beiden im Interview gefragt, ob die Chemie am Set stimmte und der Spaß am Film für sie im Vordergrund stand. Oh, well, yes, 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 to all that stuff. I mean, as far as the joy factor is, you know, that's, that's on my list, that's the top to have, you know, to have fun. And this guy made it, you know, a wonderful trip. Pretty great time on the set. We had a great time on the trip. And, you know, that chemistry thing, that's something that, you know, you pray to God that you're going to have it when you show up to work. And so, you know, it was, we kind of hit it off right from the top. Dafür, dass die beiden im Film ihre Arbeit nicht vergessen, sorgt Mary Louise Parker. Die aus der US-Serie Weeds bekannte Schauspielerin leitet das R.I.P.D. Ein Job, bei dem bereits hinter der nächsten Story-Wendung der Weltuntergang lauert. Du weißt sicher noch, der Tunnel, aus dem wir dich rausgezogen haben als Toter, das ist der einzige Weg, der ins Jenseits führt. Es ist eine Einbahnstraße. Dieses Artefakt, falls kompliziert, führt zur Umkehrung des Tunnels. Die Toten regnen auf die Erde runter und das ist es dann für die Lebenden. Die Toten regnen an der letzten Woche. Sie ist nicht so mit der Film, dass alles, was ich gemacht habe, würde, 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 würde. Obwohl R.I.P.D. auf einem Comic basiert, scheint der Fantasy-Action-Streifen in Bezug auf Charaktere und Design auf den ersten Blick von der Man in Black-Reihe inspiriert. Mary Louise Parker hat sich für ihre Rolle allerdings an keinem konkreten Vorbild orientiert. Und sie sagen, mit harter Hand dafür? Dass die R.I.P.D.-Agenten ihren Job ledigen und die Untoten zur Strecke bringen. Ich erkläre dir jetzt mal ein bisschen was über Wildfest-Schießereien. Erstens, nur ein Anfänger versteckt sich auf dem Kirchturm. Das ist nämlich der erste Ort, wo ich gucke. Zweites Versteck, Hotelfenster, immer das Gleiche. Die haben wohl nur einen Anfänger in ihren Reihen. Manchmal ist der Fenstertyper auf dem Dach. Wer mehr über das R.I.P.D.-Universum erfahren möchte, findet auf der Blu-Ray umfangreiches Bonus-Material. Neben unveröffentlichten und alternativen Szenen bieten diverse Featurettes und ein Making-of einen spannenden Blick hinter die Kulissen dieser rasanten Action-Komödie. Und wie sehe ich jetzt aus? Das sind deine Ausweise. Einige von Bundesbehörden, von nützlichen Einrichtungen, wo immer wir Zutritt brauchen. Echt jetzt? Ich bin ein alter Chineser? Was ist mit Ihnen? Actionreich geht es gleich weiter. Sieben Sekunden ist ein Film der Extraklasse, mit Wesley Snipes in der Hauptrolle. Er spielt den schlimmen Finger Jack Tullivan, der mit seiner Bande Überfälle begeht. Drei Trucks. Drei verschiedene Orte. Los, los! Gut raus! Tempo! Das muss schneller gehen, na los! Los, los, los! Das ist ein Überfall! Ein verdammtes Depot. Sektionen 3 und 5. Geflucht. Alarm-Kotor-Zinn. Scheiße. Drei Signale. Drei Trucks. 20 Casinos und alle holen das Geld zur selben Zeit lang. Nachdem sich die Gangster um 20 Millionen Dollar bereichert haben, wagen sie noch mehr. Sie wollen die Geldtransportfirma Wanderbrink überfallen. Allerdings sind sie nicht alleine scharf auf das Geld. Raus da! Seid ihr schwerhörig! Raus steigen! Raus! 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 Jack! Eine rivalisierende Gang jagt Jacks Freunde. Allein der silberne Koffer könnte ihn jetzt noch retten. Auf seiner Flucht begegnet Jack der Militärpolizistin Kelly Anders. Kurzerhand nimmt er sie als Geißel. Doch Kelly bleibt nicht lange in seiner Obhut. Schon bald lässt Jack sie wieder frei und beginnt die Suche nach den Hintermännern der Tat. Unverhofft taucht auch das verschwundene Fluchtfahrzeug wieder auf. Sie können sich wohl nicht trennen, Jack. Tja, ich dachte der Anfang war vielversprechend. Jetzt wollte ich nochmal mein Glück versuchen. Tja, meine Tür steht offen. Kommen Sie vorbei. Wofür halten Sie mich eigentlich? Für einen Dieb im falschen Land. Nicht für einen Keller? Überzeugen Sie mich? Der Kanone war ein Platzpatron. Ich hätte ihn nicht mal erschießen können, wenn ich's gewollt hätte. Was wollten Sie mit Platzpatronen? Ich hatte das Gefühl, Sie würden scharf schießen. Nicht auf den Kopf. Und ich hab meine Kanone nicht damit geladen. Stellen Sie sich, dann wird Ihnen nichts geschehen. Sie haben denen nichts von mir erzählt, oder? Wie kommen Sie denn darauf? Ich hab in den Nachrichten noch kein Foto von mir gesehen. Wollten Sie den Koffer stehlen, oder war das nur reiner Zufall? Auch diebe sollten hin und wieder ein Glückstreffer landen. Warum sind Sie mit von der Partie Anders? Ich will Sie ganz für mich allein. Ach, was ist denn dem Koffer? Mit der Zeit gewinnt Jack zunehmend Kellys Vertrauen und hofft auf ihre Unterstützung. Sieben Sekunden bietet einige Gewalt- und Raser-Szenen, die die Herzen aller Actionfans höher schlagen lassen. Auch Spannung ist garantiert, da das Geheimnis des ominösen Koffers fast bis zum Schluss ungelöst bleibt. Was dahinter steckt, erfahrt ihr am Montag, den 13. Januar, um 20 Uhr auf StarTV. Nächste Woche warten auf euch die fünf Freunde George, Julian, Dick, Anne und der Hund Timmy. Eigentlich wollte das Quintett friedliche Ferien am Meer genießen. Aber ein mysteriöser Kompass in einem versunkenen Schiff weist auf einen Piratenschatz hin. Ein versunkenes Schiffswrack Ein sagenumwobener Piratenschatz Wo habt ihr das her? Ein mitreißendes Abenteuer Dieser Kompass zeigt zu seinem Schatz, mit dem Schatz kann ich unser Dorf retten. In drei Tagen werden die Bagger anrollen und hier alles platt machen. Dann wollen wir mal. Damit dieser Haint sein Luxusresort errichten kann. Wie mies ist das denn? Wo geht ihr hin? Na, wohin wohl? Sein Dorf retten. Alles klar, wir sollten los. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Die fünf Freunde sind wieder da. Die fünf Freunde, die sind wieder da. Was, wenn es den Schatz gar nicht gibt? Das ist unsere einzige Chance. Mit diesem Gerät zu wähnen immer auf den Fersen. Der hält uns nicht. Der ist total morange. Uns vielleicht nicht, aber Timmy. Sie verfolgen uns. Ich verfolge schneller! Tür, Kinder, was warst du denn? Fünf Freunde, drei. Guck mal, blöck, guck mal, blöck. Danke. Und auch fünf Freunde der ganz anderen Art bescheren uns eine wahre Freude. In der Actionkomödie The World's End lassen sie ihre Jugendzeit aufleben, und begeben sich auf eine Kneipentour. Ihr Ziel, das Pub The World's End. Bereits vor 20 Jahren scheiterten sie an diesem Vorhaben. Welchen witzigen Widerständen sie dieses Mal begegnen, erfahrt ihr nächste Woche in unserem Home-Entertainment-Tipp. Das ist die Chance, endlich die goldene Meile zu bezwingen. Zwölf Pubs, zwölf Bier. Und dieses Mal wollen sie es bis zum letzten Pub schaffen, dem World's End. Los geht's! Kommt. Was empfehlen Sie? Bier. Davon nehmen wir schon mal fünf. Vier und ein Glas stilles Wasser. Was? Willst du mal, wer da ist? Wow, ist lange her. Gary. Willkommen. Bienvenue. Welcome. Tja, schon komisch, oder? Man kommt zurück und alles ist irgendwie anders. Ich würde vorschlagen, ihr macht, dass ihr wegkommt. Willkommen zu Hause, Jungs. Nicht wir haben uns verändert, sondern die Stadt. Was soll das? Ist schon gut, es geht nicht um Sex. Ich muss dir nur sofort was erzählen. Es sei denn, du hast Bock auf Sex, dann erzähl ich dir hinterher. Erzähl's mir gleich. Was hat er gesagt, Sam? Roboter haben Mittenhaven übernommen. Hast du ihm geglaubt? Wir sollten zurück nach London fahren. Erstens, wir sind alle betrunken. Zweitens, wir haben Blut an unseren Händen. Es ist eher Tinte. Wir haben Tinte an unseren Händen. Vom Regisseur von Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Los, wir klettern die Regenrinne runter. Ich hab ne bessere Idee. Klettert die Regenrinne runter. Um die Nacht zu überleben, müssen sie es bis zum World's End schaffen. Wo sind die anderen? Die tun so, als ob sie dazugehören. Hallo, ich bin ein Roboter. Wir sind nur fünf Freunde, die unterwegs sind, um sich zu amüsieren. Was zum Teufel ist das? Wir schaffen es bis ins World's End, auch wenn wir dabei draufgehen. Oh nein! Wasrece zu diesem Zeitpunkt zu einer Händen. Ich habe mich vorbereitet, Ich habe dasne late hohen, das nicht durch und Adeig sein.